Sie hier inmitten von Pferden und Reitern und das keine drei Stunden vor Abfahrt der Nationalmannschaft zum Flughafen. Wie kommt's? Ja, das ist ein guter Zufall, dass eben hier das Pfingstturnier in Wiesbaden ist und die Nationalmannschaft, wie viele wissen, in Mainz einquartiert ist, da sind die Wege kurz. Wir haben heute nochmal einen freien Nachmittag bekommen vom Trainer und da habe ich die Chance genutzt und habe meine Frau besucht, die ab morgen auch hier in der Pfingstturnierin bleibt. Was geben Sie denn Ihrem Mann mit auf den Weg zur WM? Ich habe natürlich ganz viel Glück. Ich hoffe, nach all den Pechsträmen wird es jetzt umso besser. Das heißt ja immer, wenn die Generalprobe schlecht läuft, dann kann es nur besser werden. Das heißt, sie ist schlecht gelaufen gegen die Verletzung von Marco Reus? Ja, das ist ja gepasst. Ich gebe es halt bestimmt, aber natürlich mit viel und verletzt bin ich. Das stimmt. Beschreiben Sie mal Ihre Gefühlslage. Wie ist das so, wenn man weiß, heute Abend wird es ernst, dann geht es wirklich los? Ist das Anspannung, ist das Vorfreude, ist das Erleichterung, dass es endlich losgeht? Wie ist das? Ja, schon ein leichtes Kribbeln natürlich da. Ja, wie viel man alle jetzt im ersten Spiel entgegen, wenn es wirklich dann um Punkte geht. Ja, ich denke grundsätzlich vor einem Flug oder so ist man jetzt nicht nervös. Das ist man eigentlich gewohnt und auch die Reisestrapazen. Aber wenn man dann endlich ankommt in Brasilien, dann merkt man halt, dass man dort, wo es losgeht. Haben Sie schon ein Wort von Marco Reus gehört, wie es ihm geht? Ja, ich habe natürlich auch heute noch mit ihm gesprochen. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Die Sachlage ist klar, es ist extrem bitter. Aber man kann eben nichts machen, auch er selbst kann nichts mehr dagegen tun. Und selbst wenn er jetzt jeden Tag sich in Behandlung begeben würde, das ist einfach eine Verletzung, die ein bisschen länger dauert. Und das ist einfach bitter für uns. Ich wünsche Ihnen alles Gute für den Flug und für die nächsten Wochen in Brasilien. Danke.